Hier kommen zwei U-Arts an. Ja. Verdammt. War der nockt? Der will gekillt werden. Der drängt sich. In dem Haus oben, hier drin, ähnt dich ab, glaube ich. Ah, du hörst ihn ja, wo er ist. Er ist, er ist, äh, 125. Es war nur einer. Lol. Er ist down, ey. Was ist denn das für ein Dude, ey? Come on, babe. Hä? Mann! Es gibt's doch nicht. Der fährt einfach mit dem Moped an mir vorbei. Ich knock den Mate und er holt mich weg. Scheiße, Mann. Der fährt nicht zusammen. Nice. Der Kill hat jemand anderes bekommen. What? Nee. Der ist rausgesprungen. Hier. Aber da sind unten Gegner noch wahrscheinlich. Wo sind die Boxen? Ach, da. Da unten sind Gegner. Ich seh ihn. Am Baum. Hat dich nicht gesehen. Ah, ja. Ich seh ihn nicht. Ah, ja. Hinter dem Baum, wo du jetzt grad movst. Nee. Er kann mich immer noch treffen. Ich hab keine Ahnung was er macht. Genau da. Genau hier ist er. Franch. Und der Mate läuft aber schon hoch. Der einer ist schon weiter oben. Er kriegt einen Headshot und macht absolute Gottes Moves um den Bodyshot. Alter hast du den Kill nicht bekommen, ey. Ja, das ist unglaublich, oder? Der hat mit der SKS oder so geschossen oder mit der SLR. Ja. Ich hab ja den gesehen. Ich hab überhaupt nicht gesehen. Der hat ja Schally gehabt und so. Da unten fährt einer hin, hast du gesehen? Ja. Ja. Aber wart noch. Hol die weg, ey. Mit keinem Plan von dir. Ja, die werden eh gleich weiter fahren. Nee, 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 nee. Oder denkst du, die halten ja? Ja, ja. Können auch sein. Ob der halt noch kommt, ey. Noch einer? Können wir nicht steppen. Ich hab ihn nur ganz kurz gehört. Sehr schön, man. Easy. Verarschlich. Wir haben im offenen Feld irgendwo gehalten. Mhm. Da ist kein Haus. Wir haben im offenen Feld irgendwo gehalten. Wir haben im offenen Feld irgendwo gehalten. Wir haben im offenen Feld wo gehalten. Ah Ja Sehr schön Mit dem Stehenschießen sollen ey, das ist ihm viel schneller geklärt Wie viele Kills hast du? Sechs Ich sag dir jetzt wo ich Schüsse gehört habe, hier in dem Bereich noch, Orange Sehen sie sich hier vor dir Da kommt was rein gesneakt Ja safe ne? Oder fährt was rein, ja Wunderbar Braucht selber was ein Auto ey Ich glaube ich move jetzt einfach Die sind halt echt noch drin man Pass auf K Schweine ey, das war glaube ich ein Headshot Ich boost mich jetzt Oh hier sind noch mehr Die fighten Hast du gehört? Ja ja, da wurde einer genockt Ja Ich sehe sie Ich sehe sie move und da Ja die müssen jetzt Aber hinter dir pass auf ey Ja ich weiß, das ist ein bisschen blöd ey Jetzt raus Da laufen sie Ich bin einfach weiter da drin Sehr schön Jetzt kriege ich gleich von hinten Nene, jetzt verschiebst du schnell Wirklich den geilen Stein Jetzt müssen die kommen ne? der ist bestimmt in der zone gestorben die macht jetzt schon heftig schaden durch oder hielt sich noch oder hielt sich noch keine ahnung sehr schön gemacht gemacht man tut trotzdem zonenrand abscannen vielleicht hat es der rein geschafft der letzte gg alter genauso genauso ist gemacht man danke ja du bist grad die letzten zwei hits auf dich war weil du grad von mir weglaufen das die waren easy die hits ich glaube da kommt keiner mehr lauf hoch am besten der zone entlang ich schaue auf den chat und höre nur irgendwas rascheln alter mit mir im arsch ok fokus pass auf hinter dir der lebt noch hinter mir das schwein alter das sind zwei das ist doch ein anderes team scheinbar oder leck mich am arsch lass dich nicht auf so einen blöden fight ein weil die müssen rennen ich weiß ja gar nicht die muven da runter ja ja glaube ich im baum hier haben das problem nicht wo hier ja hier ja genau hier wo du hingeschaut hast da unten ja step close baum sehr schön du krass wo ist denn nathan 5 gegner noch 6 da ist einer genug den hätte ich mal machen können noch das war jetzt echt dumm ich brauche ammo ich brauche ammo ich brauche ammo du hast genug zeit auch noch wegen dem helm ne ganzer helm hat einer von denen die letzten ne einer lebt noch gg alter genau so genau so rein gewolltet mit sicher alter ja die letzten beiden waren die im stein glaube ich oder in der ich weiß ich weiß woher geht es hier raus alter kannst du nicht raus da hinten oh shit das ist richtig schwierig jetzt alter das ist noch voll weit weg alter ah belastend alter vielleicht schaffst du es hinterm baum mann ah shit da hatte ich zu wenig zum spielen naja wenn ich da stehen bleib bin ich auch tot das war eigentlich game over wir haben nicht gut gespielt mann die haben ewig gebraucht die habe ich auch zigmal genockt und alles aber kannst nix machen die haben ewig gebraucht um dich zu nocken mann ich hätte früher smoken sollen aber selbst dann mann ich glaub selbst dann vielleicht das war 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 ich das war Bis zum nächsten Mal.